Ja Jungs, eine Stunde vor dem Spiel. Das Stadion ist halb voll, sag ich mal. Und sehr viel Münzeraner. Unsere Schalker-Jungs sehe ich noch gar nicht. Aber ich hoffe, dass wir die gleich hören werden. Da oben ist, glaube ich, eine kleine Ecke. Es sind ja nicht so viele in dem Stadion. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ist schon ein gemütliches Stadion. Klein, klein, klein. Und ich kann nur eins sagen, hier müssen wir Gas geben ohne Ende. Wir müssen hier aggressiv spielen in diesem kleinen Stadion. Sonst kriegen wir wahrscheinlich Schwierigkeiten. Aber ich hoffe, dass die Jungs jetzt endlich mal begriffen haben, dass wir Gas geben müssen. Ich würde das dem Jakob unheimlich gerne wünschen, dass wir heute hier mit einem Sieg nach Hause fahren. Also, ich drehe auch einmal nochmal um und zeige euch das Stadion. Also, wir müssen hier drei Punkte holen und und und. Alles klar, meine Lieben. Bis dann. Ciao.